Na, was haben wir denn? Fangen wir mal so mit einem Rundumschlag an Hardware an. Das war ja so ein bisschen eine Frage, was machen sie denn? Und da haben aber die Gerüchte so in Richtung Hardware eigentlich relativ korrekt zugetroffen. Also einmal Rundumschlag für neue MacBooks, nicht wahr? Ja. Danke. So, nächstes Thema. Naja, die MacBooks waren natürlich ein interessanter Punkt, weil es tatsächlich ein Rundumschlag auf der einen Seite war, aber dieser Rundumschlag auf der anderen Seite, wenn man so will, relativ unspektakulär war. Also, ich meine, das MacBook Air, das einzig Interessante und Erwähnenswerte daran ist, dass es überhaupt nochmal angefasst wurde. Also, ich meine, zumindest was den Prozessor angeht, ansonsten ist das ja eins zu eins unverändert. Aber das ist doch was Gutes, oder? Aber trotzdem ist es interessant. Ja, interessant. Es ist was Gutes. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich als gut bezeichnen würde. Also, das macht die Gerätekategorie eigentlich nicht mehr kaufbar, als sie zuvor war. Aber es ist interessant, dass Apple halt einfach tatsächlich sich da durchgerogen hat, dieses MacBook Air zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nochmal in irgendeiner Form zu verändern. Und sei es jetzt nur in geringster Form mit dem Prozessor. Und überhaupt, dass wir diesen seit langem nicht mehr herrschenden Willen gesehen haben, neue Prozessoren, wenn sie dann sowieso da sind, auch tatsächlich in Macs einzubauen. Das ist ja etwas, wo man das Gefühl hatte, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also, das ist jetzt beim MacBook Air war sowieso überfällig. Beim MacBook Pro kannst du sagen, okay, das war jetzt früher als gewohnt. Weil die waren ja jetzt erst Oktober, November dann letztlich, also im November eigentlich erst zu haben, letzten November. Also, das ist noch kein ganzes Jahr dazwischen liegt. Und beim iMac, ja. Gut, der iMac, der war sowieso auch fällig. Also, da ist es... Aber das ist ja schon wieder eine andere Schiene. Und das 12-Zoll-MacBook natürlich. Das ist natürlich der wichtigere Fall. Weil das ist das Einzige, was, wenn man so will, nennenswert aktualisiert wurde, weil da nicht einfach nur Prozessor-Generation nach vorne gegangen ist, sondern weil die SSD jetzt auch... Ich weiß nicht, ob sie wirklich auf dem selben Stand, das müssen wir mal schauen, was die Geschwindigkeit dann hergibt, auf dem selben Stand ist, wie jetzt von dem aktuellen oder neuen MacBook Pro. Aber schnellere, beschleunigte SSD ist immer gut. Ja. Also, wenn Apple verspricht irgendwie 50 Prozent schneller, schauen wir mal, was dann die ersten Tests ergeben. Aber zumindest jetzt... Also, das war das Einzige Modell, was da... Und du kannst, glaube ich, mehr... Es hat ein bisschen mehr Optionen für... Ich glaube, die kannst du 16... Also, du hast ein bisschen mehr Arbeitsspeicher als Optionen. Und die 16 GB, die war genau... Die war vorher nicht da. Also, das heißt, es ist ein bisschen... Ein etwas ernsthafteres Gerät geworden. Gerade in den höheren Konfigurationen ist es da natürlich immer noch sehr teuer. Aber, ja. Also, insofern, das ist der eine Punkt. Und das andere Interessante war, dass sie bei MacBook Pro halt eine preislich, sagen wir mal, etwas verschmerzbare 13-Zoll-Kombination mit ins Programm genommen haben, ohne Touchbar wohlgemerkt. Ähm, die aber halt... Die bis jetzt gefehlt hat, faktisch. Also, der Preispunkt so... Der jetzt so um die 1.250... Ich weiß nicht, was der deutsche Preis jetzt dafür geraten ist. Ähm... 1.000... Ich glaube, in den USA war es... Also, in Deutschland wird es wieder 1.350 wahrscheinlich sein. Also, 1.300... 1.300 Dollar in den USA. Der Euro-Preis wird sicher wieder... 1.499. Ne, das muss noch eigentlich einen geben, der ja drunter ist, oder? Ne, die hat die runden da schon auf. Oder ist das die... Ja, also, es ist ja auch von den... Das 15er MacBook Pro zum Beispiel ist teils deutlich teurer geworden jetzt von der Euro-Anpassung her. Und das mittlere... Ja, tatsächlich. Also, der Einstiegspreis ist jetzt 1.5. Ich dachte, es wäre noch ein bisschen niedriger gewesen als 1.5. Dann habe ich es wahrscheinlich mit dem Dollar-Preis vermischt. Weil 1.5 ist natürlich immer noch relativ saftig. Aber gerade im Vergleich zum Air. Es soll ja das... Ja. Es tendierte ja in die Richtung Air. Das war der... Programmiert als der Ersatz für ein Air. Ja, aber es sind halt doch deutlich... Es sind halt 250 Euro weniger als das Touch-Budding. Also, der Unterschied ist schon noch mal größer geworden. Nicht, dass ich das jetzt schön reden möchte. Aber der Unterschied zum Touch-Bar-Gerät ist schon noch mal ein Stück größer geworden. Ne, noch sogar noch mehr als 250. Genau, das Touch-Bar kostet 2.000. Das hat es aber vorher auch schon gekostet. Ja, genau. Aber das andere ist halt ein bisschen nütziger geworden. Ja, ja. Also, das macht schon einen Unterschied. Auf jeden Fall. Also, der Einstiegspreis ist einfach etwas verschmerzbarer geworden. Und ich glaube, das Modell ohne Touch-Bar ist ein durchaus interessantes. Also, die Touch-Bar hat ja in den wenigen Monaten, die sie bis jetzt hatte, nicht unbedingt jeden im Sturm genommen, sagen wir es mal so. Also, es ist einfach... Da sind einfach noch viele Fragezeichen um diese Touch-Bar. Also, ich glaube, ich hätte zumindest wenig Schmerzen, damit mir eins der Modelle ohne Touch-Bar zu kaufen, muss ich sagen. Du hättest sicherlich Schmerzen mit dem MacBook Air, würde ich mir vermuten. Ja. Aber ich finde es trotzdem... Wer hätte das nicht? Naja, es gibt halt dann die Kunden, die halt auf keinen Fall mehr als diese 1.000 Dollar Einstiegspreis zahlen können wollen. Ja, ja, das ist mir nachvollziehbar. Aber dann würde ich mir einen anderen Computer kaufen. Vielleicht ist das einfach keine Option. Und Apple muss, muss, muss für gewisse Kunden dieses MacBook Air für den Tausender weiterhin im Programm haben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass sie... Also, manchmal war das ja früher so, dass Intel aufhört, eine gewisse Sorte von Prozessor zu produzieren. Und dann mussten sie das updaten. Andererseits sind im Mac Mini sind jetzt auch seit 15 Jahren die gleichen alten CPUs drin. Die scheint es noch genug zu geben. Aber ich finde es trotzdem wichtig zu sehen, dass sie das MacBook Air ein kleines bisschen angefasst haben. Ja, also, das war früher normal. Und das war halt jetzt eine Weile nicht normal. Und Macs sind halt irgendwie so ein bisschen traurig am Rand rumgegammelt. Und deswegen fand ich das jetzt trotzdem bemerkenswert, dass sie den mit einer minimal neueren Version von dem Ding ausgestattet haben. Dürfen wir hier kurz, ich möchte eine Baseline etablieren. Wir finden das also etwas, was, so wie sie es bisher gemacht haben, die das Allerletzte ist, ist offensichtlich normal. Und wenn sie jetzt das machen, was sie eigentlich schon immer hätten machen sollen, dann ist es bemerkenswert. Also, naja, aber du weißt ja auch, also jemand, der sich für das 1.000 Euro Air entscheidet, der tut das aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Er war schon viel, vielleicht auch aus Verzweiflung. Also, das Problem ist ja so ein bisschen, dass das MacBook Pro da halt nicht drankommt. Weil also 1.000 und 1.500, das kannst du nicht mal irgendwie. Das ist schwierig einfach. Wogegen in Amerika, ja, wenn du über 1.200, was war das, 1.000, 1.300 Dollar, ja, wenn du da sprichst zu 1.000 Dollar, es ist schon eher so eine nähere Stufe. Aber das Prozessor-Update wird wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen für die Kunden, die das eher jetzt kaufen, ohne Routina-Display etc. Aber trotzdem ist es natürlich nett. Sie können es halt dadurch jetzt noch zwei Jahre verkaufen, das Ding. Und können das vielleicht irgendwann auf 800 runterbringen und dann langsam das MacBook von oben Richtung 1.000 bringen. Ja gut, das wäre ja die erfreulichere Variante, wenn das natürlich tatsächlich das MacBook oder auch vor allem das MacBook Pro, das 13er MacBook Pro, was ja vorher durchaus in diesem 1.200, 1.300er-Ecke lag. Da muss ja das neue 13er MacBook Pro auch wieder hin. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es beim 12er, das ist ja das Interessante, das 12er läuft ja so ein bisschen außen dran. Eigentlich sollte man meinen, dass es mal billiger werden sollte. Und eigentlich ist es von der Klassifikation als Nicht-Pro-Modell theoretisch das billigere Modell. Aber bis jetzt hat man noch wenig davon gesehen. Das ist ja eigentlich, ich meine, das ist jetzt die dritte Modellgeneration, das 12-Zoll, der 12-Zoll-Variante. Und die hat sich preislich praktisch nicht verändert in den drei Jahren, die es das Gerät jetzt gibt. Und ich weiß nicht, ob Apple es nicht hinbekommt oder einfach nicht gewillt ist, da den Preis zu drücken oder einfach es nicht erforderlich sieht. Aber ja, das macht es natürlich, das macht halt die Produktpalette weiterhin ein bisschen konfus. Weil wo entwickeln die sich hin? Und was, natürlich, jetzt ist das MacBook Air halt noch da, weil irgendwas ist halt gut, wenn du was um die 1.000 Euro, 1.000 Dollar Preis halt hast für einen Einstieg. Und das ist aber trotzdem schwierig. Also, weil auch trotz des neuen Prozessors, also das MacBook Air ist halt insgesamt jetzt einfach, hat einen Altersstand erreicht, in dem der Prozessor, der macht ja faktisch kaum mehr einen Unterschied. Also, der Prozessor ist wahrscheinlich das geringste Problem des alten MacBook Air gewesen. Und das wird halt durch den neuen Prozessor auch nicht gelöst. Nee, es ist halt jetzt dann so eine Frage von den Anschlüssen. So, was willst du denn? Willst du irgendwie USB-A oder sowas Abgefahrenes haben? Das gibt's halt dann sonst nicht. Ja, das kriegst du dann eben nicht. Und auch so, wenn, ich weiß nicht, wer dieses MacBook Air kauft jetzt noch. Ja, sind das... Naja, preisbewusste Kunden. Studenten, sind das Schulen, sind das was auch immer. Das ist gar nicht negativ gemeint. Das ist einfach, also so Preis ist halt... Apple behält das nicht umsonst einfach so aus Spaß an der Laune im Programm, sondern da ist A, da ist eine gute Marge drauf und B, ist es halt wichtig, schon ein Gerät unter 1.000 Dollar zu haben. Ja, das ist ohne Frage für mich. Ja, aber für das, was es ist, ist es halt sau teuer. Ja, klar. Ja, denn das ist doch das Perverse an dem MacBook Air. Ja, das ist ja kein wirklich preislich interessantes Produkt ist, sondern es ist ein Produkt, was billiger ist als die anderen Produkte, aber was preislich extrem unattraktiv ist, weil es einfach uralt ist. Also das heißt, das macht es mir so schwer mit diesem MacBook Air, dass ich, dass für mich das eher ein ärgerliches Produkt ist, als halt eins, was man sich kaufen sollte, wenn man sagt, okay, ich will halt nicht 1.500 Euro ausgeben, sondern ich will halt nur 1.000 ausgeben, dann würde ich halt trotzdem sagen, dann kauft er halt kein MacBook Air, weil das hat einfach keinen Sinn. Ja, aber was denn sonst? Nee, ganz einfach, kauft er das 2015 an der MacBook Pro. Ja, das ist zum Beispiel eine Variante. Ist halt schwer. Ja, das ist sicher wahr. Aber es ist viel, viel, viel besser in sehr vielen Respekten. Ja, es ist ungefähr so hoch 10. Da kannst du halt nicht in den Apple Store laufen und sagen, ich würde das gerne kaufen. Doch. Das gab es doch bis gestern noch. Ab ich gestern, aber letztens kriegst du heute nicht mehr. Ja, aber das Ganze im Fabric Store kannst du doch sicher noch bestellen. Und also Apple wird die sich ja auch noch ein bisschen verkloppen. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt aus den Stores alle rausgeworfen haben, weiß ich nicht. Aber das kann man schon auch, denke ich, in einer normalen Form auch irgendwo im Handel, sei es bei mir aus beim Grabis oder sonst wo. Ja, aber da musst du halt dahin gehen. Ja, ja, ich meine, wenn man halt in den Handel gehen wollte. Nur der Form halber, wir müssen das jetzt nicht diskutieren. Aber man könnte auch ein iPad kaufen. Liegt preislich auch da drunter. Und Timo hat gerade vor der Sendung... Ich sag ja, wir müssen das jetzt nicht diskutieren. Es würde zu weit führen bei dieser vollgepackten Sendung ohnehin. Aber was hast du gesagt? Refurbished 12.9 kostet irgendwie 660 Euro im Moment. Ja. Also hier zum Beispiel, es gibt gerade auch keine... Ich habe heute auf Twitter schon Leute fragen sehen, so hast du mal ein 2015er MacBook Pro? Weil gibt es nicht mehr. Die sind auch hier im Refurb-Store weg. Die musst du jetzt wahrscheinlich beim Grabis-Betteln gehen. Also hast du noch... Ja, irgendwo wirst du die schon noch finden. Schon, aber sie sind halt... Das war ja das Problem. Ist das Problem weiterhin, dass das gute Modell das 1 vorher ist. Das darf halt nicht sein. Aber gut, jetzt haben sie die MacBook Pros auf Kaby Lake gebracht. Und auch das ist jetzt verhältnismäßig ungewöhnlich, weil die ja bisher nicht alle acht Monate jetzt neue Chipsätze reinknallen. Das ist auch schön. Das ist schnell gewesen. Schauen wir halt mal, ob sie es jetzt durchziehen in Zukunft. Ich meine, das war jetzt eine einmalige Geschichte, zumindest für die letzten Jahre. Man weiß halt nicht, wie ist das mit den... Sie haben ja durchaus mal mit anderen älteren Produkten eine Generation von Intel-Generationen übersprungen. Das hat dann zu Mist geführt. Manchmal. Weil der Mac Mini dann über fünf Jahre nicht angefasst worden ist. Ja. Und dann haben sie... Sie sind aber trotzdem an der Stelle von Intel abhängig. Und jetzt haben sie halt dieses Mal, obwohl jetzt Kaby Lake relativ wenig bringt, das trotzdem gemacht. Und das ist auch das ein gutes Zeichen, dass man mal bemerkenswert irgendwie festhalten kann, glaube ich. Also alles ist gut, außer nichts machen. Ja, es ist so. Ja, okay. Ja, geschenkt. Das gebe ich dir. Ja, also wir klammern uns ja schon an Strohhalme. Es ist ja so jede Aussage mit Gehalt, die darüber hinausgeht, dass wir mögen den Mac, ja. Also wir mögen den Mac und Best WWDC ever war halt so ein Ding für das Trinkspiel. Das ist... Wenn man da gestern gespielt hätte, wäre das sehr böse ausgegangen. Weil es war voll mit solchen Sachen, aber es war auch mit immer ein bisschen was unterfüttert. Und sie haben sich aber für diese ganze Geschichte in der Keynote halt auch nur fünf Minuten Zeit genommen, weil die so voll war. Ja gut, die... In der Keynote war ja für alles nur fünf Minuten Zeit. Weil es war... Das war ja wirklich unfassbar. Und sie war zwei Stunden, neunzehn Minuten lang. Ein Berg an Zeug. Und ja. Also der Mac kam jetzt nicht zu kurz, weil die anderen Produkte irgendwie ausschweifend betrachtet wurden, sondern es war ja irgendwie... Mit diesen sechs Features haben sie sich da irgendwie wirklich schon echt einen straffen Zeitpunkt gesteckt. Zurück. Vielen Dank.